Oh, Alter! Ey, Alex! Komm bitte schnell rauf! Ja, bin da, bin da, bin da. Ja. Bitte, Alex! Digga, wenn wir jetzt sterben, ne? Aber, wir sterben nicht. Komm, lass wegrennen. Warte, ich hab sie gleich alle. Lass wegrennen! Jetzt will ich's wissen! Ich kann nicht mehr Wreck'n grad! Ich aber... Ich aber nicht. So, ich hab alle. Gut, dann. Ja, Leute, ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bloody Beach. Let's Play. Äh, zu Bloody Beach 2. Äh, lol. Die Farge waren letztens aber noch nicht so extrem da, ne? Nee, das, äh... Ab geht die wilde Fahrt. Achtung, Creeper. Da unten auch. Leute, bei mir hat er einfach aufgehört, Sounds zu machen. Tückenkreis! 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 Hier rausschneiden! Ja, das ist sich aber nicht natürlich. Der Cobblestone hier, oder? Oh! Was geht denn jetzt? Anderthalb Herzen hatte ich noch. Alter! Pass mal ein bisschen auf, boy! Ich sehe nichts, Alter! Ich muss alles... Oh Gott, vier Skelette, Alter! Geh weg da! Digga! Das Zimmer war richtig... Oh, komm. Alter, das ist so behindert, meine rechte Maustaste. Die ist manchmal viel zu früh. Hey, hey! Sind die denn? Ich sehe sie nicht. Ich auch nicht. Da ist noch einer. Ich muss auf meinem zweiten Bildschirm gucken. Hallo? Ich spiele auf meinem zweiten Bildschirm. Ja, hab ihn... Oh, Alter, ich bin gleich tot, sehe ich gerade. Komm mal mit, ey. Ohne... Ich brauche jetzt erstmal hier... Da, da, da! Eine Farm! Wo, wo, wo? Hier, hier! Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Da oben, da oben. Hier, hier. Hier ist eine Farm. Lol. Vielleicht mal mitnehmen, oder? Weißt du, wessen das ist? Nee. Ich wette mit dir. Das ist die von Domsa und Weißweiß. Hopsch! Ich will... Also nein, ich habe keine Folgen geguckt. Aber... Ich habe die Thumbnails angesehen. Von einigen Leuten. Weil die sind... Ich habe die abonniert. Die Leute, die hier sind unten. Ja, komm mal hier runter. Geh du mal vor, bitte. Bin hinter dir. So, ich ess mich kurz voll? Alter, meine scheiß rechte Maustaste ist so am hängen. Hat sich erledigt. Hier ist nichts mehr. Gar nichts. Nee, nix. Da ist nur noch ein Stein. Sollen wir nicht mal in die Seiten irgendwie buddeln, oder so? Also das Ding ist, ich würde gerne jetzt erstmal zwei Sachen craften. Ja, crafte mal. So, ich brauche erstmal ein Schwert. Mach mal echt was anderes hier. Ich brauche noch was zu freysen, Digga. Ich mache jetzt da oben ein bisschen die Farm kaputt. Also jetzt dürfen wir es ja, oder? Warte mal, warte mal. Ich habe eine viel bessere Idee. Ich habe eine viel bessere Idee. Nicht alles kaputt machen, bitte. Ich brauche nur das jetzt kurz ab, was noch fertig ist. Nein, das wollte ich. Ich wollte doch noch... Mit dem Knochenmehl wollte ich da gerne einmal durch. Ja, das habe ich ja auch vor. Ach so. Nur bei denen, die kurz davor sind. Oh, lol. Ja, es fällt... Hier läuft. Also Anpflanzen tun wir aber nicht mehr, oder? Nö, die kann mich am Arsch lecken. Okay, hier ist Chicken und Holz drin. Hier ist Holz drin. Hier ist Gold drin. Hier ist Kohle drin. Ja, nimm Gold mit. Ach Leute, Goldfeuerzeug habe ich. Hier sind Fläschchen drin. Ich habe hier schwarz... äh... Alter! Digga, wie wir wieder am klauen sind. Wie wir einfach nichts eigenes gebacken kriegen. Äh, Alex? Ja? Was denn? Geht hier noch was? Ja, du musst auch passen. Ja, hol mal eine Fackel an, Alter. Ich mag das nicht, wenn es so dunkel ist gerade. Okay, hier ist nichts weiter. Ganz sicher? Ja, ja. Vielleicht eine Chest hier unten, hast du schon mal geguckt? Oh, Alter, es ist dunkel. Aber ich glaube, hier ist nichts. Ne. Was denn bei dir jetzt? Was? Das war Trick 17. Wie viel haben wir denn jetzt? Alex. Ja, was denn? Ja, du stellst dich wieder genau auf den Block, wo ich stehe, damit ich mich nicht hochbauen kann. Arschloch. Nee, tue ich gar nicht. Warte, ich habe noch ein bisschen Knochenmehl. Mann! Ich will doch... Digga, will mich das gerade aufregen. Ich überlege gerade, ob die vielleicht eine Box haben an der Lava oder so. Ich hatte gerade schon wieder die deutsche Tasche... äh, die englische Taschnatur, Alter. Ja. Ich mache sie. Ja, Mann. Ich reg mich auch immer auf. 48 haben wir jetzt. So fast wieder ein Stack. Wie viel hast du noch mal ge... Ich habe 10. Ja. Aber ich werfe noch ein paar Sachen weg. Also haben wir 58. Ja, wir können auch kurz... Oh, guck mal, Karotten. Nehmen wir doch direkt mal mit, oder? Ach, lol. Alex. Ja? Geht hier auch noch was? Ja, ja. Irgendwie das hier ein Notausgang? Oder die haben da oben sich noch was überlegt? Genau. Ich sehe schon die Falle. Klopp. Zup. Lava. Ah! Gut. Ah, scheint als wären wir hier gleich wieder ganz oben. Ne, warte, die sind hier direkt unterirdisch. Ne, ich höre auf jeden Fall den Regen. Ja, aber hier ist nichts, ne? Ne. Aber lol, wir haben... Wir haben... Wir haben... Es ist ja irgendwie wichtig, das zu markieren. Digi, Digi, wir haben 17 Gold. Weißt du, was das heißt? Goldapfel. Yay. Jetzt brauchen wir nur noch einen Apfel. Und wir... Ja, ich habe zwei Äpfel. Geil. Aus der Kiste. Alter, wie assi, Mann. Stell dir vor, die kommen jetzt so... Hier gleich auf dem Server. Ding, ding. Ist... Oh. Wie sieht das mit dem... Oha. Was denn? Okay. Was geht hier? Griefing! Was hat es vor? Die werden sich auch freuen. Ja. Ja. Ja, da unten waren wir schon. Okay, ja, warte. Ich... Nicht... Sei vorsichtig, bitte. Ich will hier nur ein paar Sachen loswerden. Die Strings behalte ich nochmal, ne? Flint behalte ich nochmal. Dyrite kann weg. Rotten Flesh kann weg. Gravel kann weg. Alter, nimm doch das Weed mit, Digga. Welches Weed? Ja, in der Kiste von denen. Oh. Habe ich extra drauf geachtet. Hab ich nicht gesehen. Gravel kann weg. Gravel kann weg. Wir haben jetzt übrigens nochmal ein Stack. Äh, nochmal ein Deer, ne? Oh, Alter. Wir sind ja eh gerade am spawnen, ne? Äh, wir sind so behindert, Alter. Richtig assi, Digga. Aber irgendwie witzig. Ich mein, ich hab ja noch in der einen Folge gesagt, wir sollten nicht briefen, wenn wir was finden. Aber jetzt, komm, wir haben jetzt schon lang genug aufgenommen eigentlich. So. Zeigt eigentlich nur, wie unfähig wir sind. Warte mal. Ich will hier eigentlich so rumspringen und das Feld kaputt machen. Nein. Lass noch ein Schild hinstellen, danke für das Weizen. Warte kurz. Kannst du ein Schild machen? Ja, ja. Ich kann das machen. Das ist einfach so mitten rein aufs Feld. Ich hab sogar drei Schilder. Willst du auch noch schreiben, wer es geklaut hat? Ne, bin ich besoffen, Alter? Vielleicht. Bis zum nächsten. Bis zum nächsten, ey. Na, was schreibt da? Nächstes Mal. Okay. Tschüss. Ist noch was gewachsen? Auch jetzt. Wollen wir noch mal abbauen könnten? Ne, ja. Ne, ne. Lass nochmal hier hingehen. Vielleicht haben die hier noch irgendwas. Skelett. Hier ist auch Holz drin, hier ist Eisen drin. Digga, ich muss immer auf den zweiten Bündschirm gucken. Heftig. Stirb doch. Warte. So, hier ist noch Eisen. Ja, nimm mit. Da kommt ein Zombie, ne? Ja, cover mich. Kann ich das irgendwie noch heller machen, als es überhaupt schon ist? Du meinst, dass irgendwie das geht, ne? Ja, in der Ini. Ja, können wir das nach der Runde hier mal machen? Weil... Äh, ja. Unerträglich. Also hier steht ne Crafting Box. Ja, die waren hier locker farmed. Die waren hier auf jeden Fall farmed. Ja. Ja, muss ja, wenn daneben das fällt, ist ganz klar. Ja. Aber... Aber... Ich seh hier sonst nix mehr. Ja, dann lass wieder rausgehen, oder? Also da unten geht's halt noch ein bisschen weiter, aber... Aber da ist nichts großartiges mehr, ne. Ich hab auch geballt kein Fleisch mehr. Ja. Ich hab auch nur noch drei. Ja, wir sollten... Oh Gott, Zombie. Komm, jetzt kommen wir nach oben, Bruder. Ja. Hier ist ein Enderman, den gucken wir einfach nicht an. So, jetzt hab ich nur noch ein Fleisch. Und mein Schwert ist auch bald kaputt, übrigens. Ja, es ist Tag, also es wär perfekt. Renn einfach an dem vorbei. Okay. Es wär optimal, wenn wir wenig... Äh, da wir ja eh kein Essen haben, dass wir jetzt schnell nach Hause fahren, ne? Ja. Nach Hause fahren, wir können nach Hause fahren. Ja, ich hätte ja eher gesagt, wir gehen kurz nochmal zum Spawn. Ach ja. Dann lass erstmal zum Spawn. Unseren wohlverdienten Dia. Ja. Das ist ein Dia-Schwert, ne? Ja, aber wir machen kein Dia-Schwert. Ja. Ich würd echt eher auf Verzauberung gehen. Ja, ja, ja. Klar. Besonders, weil wir die anderen Sachen auch besser wiederholen können, sozusagen, ne? Also Eisen kannst du ja auch schneller wieder reproduzieren. Gut, wir bräuchten halt echt noch Zuckerrohr, ne? Ups. So, warte. Alter, ich hab schon... Ich hab nochmal 16, ne? Ja, das heißt... So, wir haben jetzt zwei Dia's. Warte mal kurz, das Gold pack ich da rein. Ich nehm mal die Hoe mit. Pack endlich die Fläche in die Äpfel da rein. Das Seeds können wir auch da rausnehmen. Äh, ja, gut. Gold kannst du auch da reinmachen. Ja, hab ich schon. Okay, gut. Dann lass mal zurückgehen. Ja, aber definitiv sowas von. Optimus Maximus, alter. Das war... Das war richtig, richtig gute Ausbeute, hey. Die Folge wird heißen... Hashtag 30. Folge ever. Ich hab keine Ahnung, wie sie heißen wird. Lass mal weiter... Komm mal bitte... Bleib mal... Bleib mal ein bisschen bei mir. Weil... Genau, genau. Genau der Meinung bin ich auch. Also den Standpunkt kann ich ganz klar nachvollziehen. Ja, natürlich. Was ist sonst, Arschloch? Solltest natürlich noch ein bisschen überarbeiten, damit's gewählter ausgedrückt wirkt. Aber sonst... Ja. Wir sind... Oh, lol. Ja, ich bin übrigens slow mit Essen. Aber das war auch eine angenehme Farm hier. Hm. Oh, ups. Ich hab mal ein bisschen Kuhfleisch mitgebracht. Ich hab grad die Karotten gepflanzt, die ich eigentlich essen wollte. Ich denk... Ich denk mal... Ich denk mal, am Anfang sind alle weggelaufen. Ich bin immer das Kackfeld gelaufen, weil die Karotten essen. Der pflanzt die, Alter. Ich denk mal, am Anfang sind die Leute eher alle weggelaufen. Und mittlerweile ziehen sie sich alle wieder in die Mitte zurück, ne? So sieht das zumindest für mich gerade aus. Der wirkt ein bisschen so auf jeden Fall, ja. Mann, ich will doch nur Zuckerrohr finden. Ich? Äh, du, ich dachte, du hast in der ersten Runde Zuckerrohr geholt. Ah, 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 ah. Ja, dann wär ja hier ganz, ganz viel. Hier, das da. Da ist noch ein Schwein. Rechts von uns ist noch ein Schwein. 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 Schweine. 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 You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Okay. Ich wette mit dir, meine Videos werden wegen Copyright gesperrt. Warte mal, Alex, 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 Alex. Ich bin nochmal hier zur Dingens gegangen. Zu diesem Building, was die hier gebaut haben. Ich glaub, die haben hier einfach nur gefightet. Kann das sein, dass die irgendwer gekämpft haben kann? Ja, es hat auf jeden Fall schon jemand gekämpft, laut der Skype-Gruppe. Ja, gut, dann wird das wahrscheinlich dadurch entstanden sein. Okay, gut, dann weiter geht's. Ja, wo bist du denn jetzt hin? Ich bin direkt hinter dir. Und ja, wir sollten uns vielleicht die Koordinaten einfach aufschreiben, oder? Wäre vielleicht am einfachsten. Könnten wir machen, ja. Aber... Wäre zu einfach. Ja. Das Ding ist, meine Maus springt auch gar nicht mehr, seitdem ich... Also im Window-Mode, seitdem ich die andere Maus hab. Ja, so schön. Hier, lass mal die zwei Schafe noch holen. Schneiden. Ja. Also ich hab... Die Rolle hab ich jetzt. Einmal Weiß und einmal Schwarz. Perfekt. Ich hab nochmal Weiß. Ein bisschen pinke Schaf. Ja, wir müssen alles mitnehmen hier. Ja, eigentlich schon, was Fleisch gibt, ne? Ja, weil... Gut, wir haben zwar zur Zeit noch recht viel, aber... Ja, ich hab nicht mehr so viel. Mehr ist besser. Ja, ja. Ich hab auch nicht mehr so viel. So, für Erkundungsfolgen brauchen wir viel, viel mehr. Also so wie jetzt, weil... Überleg mal, wir haben jetzt grad... Wir haben da unten noch ordentlich Eisen. Entschuldigung. Ja, weil ich bin schon wieder, äh... Ja. Low. Muss ich wieder rohes Zeug essen. Ja. Ja, das ist doof. Ah ne, hier gehen wir nicht runter. Hier unten ist einfach... Bist du eigentlich nur gefangen. Ja, ich würd mal gern wissen, wo unsere scheiß Base ist. Ja, ich weiß, wo die ist, wenn du mir hinterherläufst. Da ist sie doch schon. Wo? Hier, komm her. Hä, hier? Ach so, ja. Stimmt. Huch! So, ich kann schon wieder nicht sprinten. Alter, diese kleinen Viecher, ey, die regen mich so auf. Ich treff die nie. Seitdem man nicht mehr spammen kann, ne? Ja. Ich guck nochmal in unserer Höhle, weil ich ja auch so viel sehen kann. I cannot sprinting gerade in mein Leben. Oh, hier ist ein Creeper. Sonst nix. So. Da hat sich auch wieder was gewachsen. Perfekt. Äh, hast du so Steine? Hier diese... Ach ne, die roten hab ich. Ich hab auch welche, theoretisch. Okay, so. Theoretisch brauchen wir gar nicht so viel Wasser, ne? So. Ne, eigentlich nicht, aber es sieht cooler aus. Ja. Äh. Ich pack jetzt erstmal alles in den Ofen, was ich in den Ofen packen kann. Also ich hab hier Schweinefleisch. Hier hab ich das Eisen drin. Und da hast du die Chickens. Perfekt. So, ich räume mal hier ein bisschen die Truhen auf. So, den totalen Creep packe ich jetzt einfach mal so weg. Ach so, das ist kein totaler Creep. Hier. Totaler Creep. Hast du noch Knochenmehl? Ne, leider gar nicht mehr. Gerade? Ich hatte noch ein bisschen. Hab ich jetzt grad mal verbraucht. T slash BB. So, und wir haben 23 noch. Äh. Ich mach mal kurz. Äh. Ja, mach das, mach das. Klar, mach das. Kein Problem. Mach Goldäpfel. Oder einen zumindest. Ah, ich weiß gar nicht, ob wir zwei hinkriegen. Ich mein, wir könnten auch noch warten und OP Goldäpfel machen. Nein. Ja, wir kriegen zwei hin. Die OP Goldäpfel, dafür haben die wahrscheinlich gespart, aber nein, bitte nicht. Okay, dann mach ich jetzt zwei normale, ja? Ja. Äh, ich pack die Swings auch erstmal hier rein. Flints pack ich auch da rein. Gunpowder. Mach zwei Stück und dann ist gut. So, ich pack's in den Backpack wieder, oder? Ja, klar, natürlich. Wenn wir die Dinger verlieren, dann ärgern wir uns. Das Tod ist. Die setzen wir dann erst im Kampf ein, ne? Ja. Richtig. Wurde ich sagen. Und die Enderperlen auch, und jo. Warte, wie viele Pfeile hast du? Ich habe drei Pfeile. Gut, jetzt hast du sechs. Geil. Die ganzen kleinen Sachen sind hier drin. Der hier. Und die ganzen Blöcke, die wir nicht brauchen, die sind hier drin. Damit wir mal ein bisschen schneller was wiederfinden. Ja. Es einfach weg geht, ey. Ähm. Wie mach ich denn mal Bettenholz auf jeden Fall? War das nicht so? Ganz unten die Reihe Holz, da drüber die Reihe Wolle. Das ist... Ich habe hier noch elf Wolle. Okay, okay. Ich bräuchte eigentlich nur eine. Danke. Bitteschön, da hast du elf Olle. Elf Olle. Elf Olle. Danke. Elf Oleg. So, Crab wieder zurück. Das auch. Da kommt der Crab nicht rein, der kommt hier rüber, Arschloch. Das kommt auch auf die andere Seite. Da kommen nur Blöcke rein. Da hätte ich das mal gewusst. Ja. Hättest du mal zugehört, ne? Hätte ich mal zugehört, ey. Böse, böse Bube. Böses Besenbübchen. Besenbübchen, genau. Mhm. Marcel. Ja, du kleiner Hunde. Deutsch lernen wir aber nochmal, gell? Ja, und du lernst nochmal schön gediegen die Fresse zu halten, ne? Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Quatsch. Geht schon. So, ich würde mal sagen, wir sind auf jeden Fall ganz gut weitergekommen, diese Folge. Auf jeden Fall, ey. Aber richtig gut. Die hat uns mal richtig geboostet, Alter. So, was Rüstung angeht, ja, ich kann mich einmal komplett neu einrüsten. Der läuft, oder? Ich hab gar nichts mehr. Bei mir geht alles kaputt jetzt jede Sekunde. Achso. Ja, bei mir ist es auch schon relativ weit unten mittlerweile. Mach einfach zweimal, wenn's geht. Ja, klar. Kann ich ja machen. Tu es, tu es. Yo, ich hab einmal komplett zweimal. Wo bist du? Ich bin hier hinten. Ja, in deinem Kinderzimmer, ne? Genau. Digga, was baust du denn hier wie so ein Behinderter? Ja, ich baue unsere Betten hier hin. Warte hier. Äh, 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 äh. Bitteschön. Helm hab ich jetzt nicht. Aber ich hoffe, du verzeihst mir. Ich lege mich kurz ins Bett, weil es müsste eigentlich gespeichert sein. Ach, deine Mutter ist gespeichert. Ja, die auch. Natürlich ist deine Mutter gespeichert. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Eisen ist auch komplett durch. Ich mach noch zwei Eisenschwerter. Äh, mach ich nicht. Da sind die Sticks. Okay. Vielleicht ist dein Backpack noch was. Hier. Hier, ich hab schon alles. Thank you. So. Und ins Backpack kommen dann die vier Eisen zurück. So. Zwei Gold. Perfekt. Das ist gut. So. Gut. Wir haben dann alles weg. So. Ich würd' mal sagen. Ich muss hier noch braten kurz. Wie sieht's aus am Food? Ach, vielleicht. Toll. Ja, ich hab nicht so viel. Du hast das ganze Food, glaub ich. Ich hab zehn, fünf und drei. Also auch nicht so ultra viel. Ja, gut. Folge ist vorbei. Ich mach Disconnect. So. Ich hab grad mal drei Schweinefleisch. Gut. Richtiger Assi, alter. Gut. Wir machen jetzt das ein. Ja, das Folge ist dann erreicht. Ja. Ja. Wir werden noch eine Folge. Genau. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Gestern seh ich genauso. Ja. Freut mich auf jeden Fall. Ich danke euch. Tschüss. Tschüss.